Ob als Anschauungsobjekt für den Anatomieunterricht oder als lustige Halloween-Dekoration, dieses Modellskelett überzeugt durch absolute Maßstabstreue. Alle Knochen des menschlichen Körpers sind sichtbar. Naturgetreu stimmt bei jedem Knochen das Größenverhältnis zwischen Gesamt- und Gliedergröße. Die Gelenke der Extremitäten und der Kiefer sind beweglich gestaltet. Die Schädeldecke lässt sich abnehmen. Das männliche Skelett aus robustem Spezialkunststoff wird von einer stabilen Metallstange mit Standfuß in stehender Position gehalten. Übrigens, dieser kleine Geselle erinnert Sie auch daran, dass Sie mit dem Rauchen aufhören wollten. Aber nun mal Spaß beiseite. Dieses Anschauungsobjekt sollte auch in Ihrer Wohnung nicht fehlen. Viel Spaß dabei!